Ein Männlein steht im Walde in unserer nächsten Kochshow. Jörg, worum geht es? Nicht nur um Kräuterzeitlinge. Wir bereiten Ihnen zu einen Sellerie und das als Wiener Schnitzel. Und dazu gibt es leckere Edelpilze. Deswegen schalten Sie unbedingt ein. Kochen mit Anixe Gummans Schnelle Küche am Samstag um 19 Uhr auf Anixe HD Serie.